Herzlich Willkommen zum Podcast heilsame Klänge. Klang ist eines der ältesten und wirkungsvollsten Heilmittel. Jeder Klang ist so fein in seiner Schwingung, dass er bis auf Zellebene in uns dringen kann. Er berührt uns in unseren tiefsten Tiefen und spricht das Urvertrauen an. Die Arbeit mit Klang lässt uns mit uns selbst in Kontakt treten, sowohl körperlich als auch geistig emotional. Der Klang bewegt uns, er bewegt unsere Zellen, unser Gewebe, unsere Gefühle und löst damit Stagnationen und Blockaden, die oft aufgrund von Bewegungslosigkeit und Erstarrung von Energie oder Gedankenmustern entstanden sind. Die Stresssituationen im privaten oder beruflichen Alltag und die Anforderungen an uns wachsen ständig. Druck, Hektik und Ärger nehmen zu und irgendwie versuchen wir uns damit zu arrangieren, bis wir selbst auf die Suche gehen nach Lösungen. Gönne dir und deinem Körper eine Entspannung und erwecke die Seele in deinem Körper. Unterstützung findest du durch eine Klangbehandlung mittels Stimmgabelfrequenzen, genannt die pentalogische Klangenergetik. Das Besondere bei der pentalogischen Klangenergetik ist, dass die Stimmgabeln bezogen auf das Geburtsdatum gewählt und am gesamten Körper durch Tonakupunktur eingesetzt werden. Pentalogisch deshalb, da die Geburtszahlen auf einem fünfzackigen Stern, dem Pentagramm, erfasst und dargestellt werden. Durch diese Geburtsdatenanalyse kann man auch erkennen, welche Glaubensmuster oder Neigungen das Leben möglicherweise bestimmen, beeinflussen und blockieren, wo uns über oder unter Energien belasten. Und natürlich zeigt sich auch, welche Potenziale, Fähigkeiten und Ressourcen wir für Veränderungen und Entwicklungsschritte einsetzen können. Sich in diesen heilsamen Raum fallen zu lassen und einfach mal die Pause-Taste zu drücken, ist so wohltuend und eine wunderbare Methode, um auf allen Ebenen loszulassen. Tiefe Entspannung und ein sanftes Zur-Ruhe-Kommen darf folgen. Die Schwingung deines Klanges bezogen auf deine Geburtszahlen ist in der Lage, dich mit dir selbst und dem Leben wieder in Einklang zu bringen. In der nachfolgenden Stille fehlt Belastendes von dir ab. Eine neue Klarheit beginnt zu wachsen. Die wirklich wichtigen Dinge rücken sich in den Blick. Aus der Stille erwachsen inspirierende Gedanken. Aus inspirierenden Gedanken erwachsen Entscheidungen und neue Wege. Diese leiten überfällig gewordene Veränderungen ein. Was sich auf körperlicher Ebene an Unwohlsein, Verspanntheit, Schmerz oder Stress manifestiert hat, darf abfallen. Deine Seele strebt der inneren Lösung entgegen. Zur inneren Heilung muss jeder alleine finden. Den Schlüssel dazu findet man, wenn man sich des Fehlens elementarer Lebensimpulse bewusst wird. Wir leben nicht auf Erden, um uns in eng getakteten Tagesplänen einzusperren. Etwas in uns weiß, dass das nur ein Bruchteil dessen ist, was Lebensgefühl ausmacht. Nimm dein Glück selbst in die Hand. Die einzigartige Klangbehandlung mit Stimmgabeln ist ein kraftvolles Werkzeug. Die Stimmgabeln werden angeschlagen und auf einen Punkt, zum Beispiel Akupunkturpunkt, gehalten. Die Wirkung beruht auf Öffnung blockierter Leitbahnen und der Anregung des Blut- und Energiekreislaufes. Das Chakrensystem zu stärken und auf sanfte Art Verspannungen und Blockaden zu lösen. Entgegen der Akupunktur werden die Reize nicht durch Nadeln, sondern durch die Vibrationen von planetaren Stimmgabeln gesetzt. Daher wirkt eine Klangbehandlung reinigend, anregend und harmonisierend zugleich. Sie bringt Energieninfluss und beseitigt Störfelder. Es ist eine sehr gute Basis für die Neubelebung und Stärkung von Selbstheilungskräften und eine wirkungsvolle Entspannungsmethode, durch die sich Sorgen, Blockaden und Unsicherheiten lösen können. Setzt man nun gezielt Klänge und damit ihre spezifische Frequenz ein, so stimulieren sie die Zelle zu einer neuen Schwingung, die unter optimalen Bedingungen zu ihrer eigenen Schwingungsfrequenz zurückkehrt. Zellen, Muskeln, Gelenke, Organe, alles im Körper entspannt sich. Ein Zeichen, dass du etwas für dich tun sollst, ist, wenn du das Gefühl hast, dass du so richtig verstimmt bist, wie schon der Volksmund sagt. Eine Klangbehandlung wird am begleiteten Körper, in Bauch- und Rückenlage, auf Wunsch auch in der Seitenlage angewandt. Du kannst dich einfach nur entspannen und genießen oder auch ein persönliches Thema mitbringen und dich für eine Lösung öffnen. Es freut mich, dass du dich für diese besondere Art der Behandlungsform inspirieren lässt und offen bist für heilsame Klänge. Wer seinen Körper liebt, gönnt sich nur das Beste. Alles, alles Liebe.